Hallo, ich bin Kathi. Heute werden wir Vokabeln zum Thema Geld, Money, lernen. Lass uns anfangen. Und was kann man alles mit dem Wort Money machen? Spend Money, Geld ausgeben. Save Money, Geld sparen. Make Money, Geld verdienen. Und jetzt lese ich das wieder und du sprichst das nach. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com verte coisas порäache. Verde dich totally verdient. Fertig Play.